Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit einer nicht versteckten Errungenschaft, aber einer neuen Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt der Koch und der Fischer. Und was man machen muss, steht netterweise sowieso schon da. Ihr müsst den täglichen Auftrag einsames Angeln und den täglichen Auftrag Lächeln verboten abschließen. Dafür habe ich ein paar Monate gebraucht tatsächlich. Warum? Weil man seine täglichen Aufträge dafür nach Liyue versetzen muss. Das bedeutet so viel wie, ihr müsst in eure Abenteuerlizenz rein, so wie ich es gerade gemacht habe, und müsst hier eure täglichen Aufträge, euer Gebiet, auf Liyue setzen. Warum? Weil nur dann bekommt ihr tägliche Aufträge in Liyue, außer bei zufälliges Gebiet, da kann theoretisch auch Liyue dabei sein, aber wenn ihr es zuverlässig haben wollt, dann Liyue. Und dann dauert es in der Regel wenige Wochen, wenn ihr Pech habt, vielleicht auch mal knapp über einen Monat, wenn ihr jeden Tag eure täglichen Aufträge macht, dass ihr eben diese beiden Aufträge bekommt. Und wenn ihr beide abgeschlossen habt, einmal, dann bekommt ihr eben die Errungenschaft der Koch und der Fischer. Und das war es dann eigentlich auch schon. Es ist eine ziemlich simple Errungenschaft, weil man jetzt nichts Besonderes machen muss. Also ihr müsst einfach beide Aufträge mindestens einmal abgeschlossen haben, und dann passt das. Die Schwierigkeit hierbei ist halt einfach nur, naja, es ist halt zufällig, welche täglichen Aufträge man bekommt. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr Pech habt, kann das auch mal gut und gerne über einen Monat oder Monate dauern. In der Regel wird das aber eher wenige Wochen, und wenn ihr Glück habt, sogar nur wenige Tage dauern. Und dann bekommt ihr eben diese Errungenschaft. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Für weitere Errungenschaften schaut auf jeden Fall in der Playlist in der Videobeschreibung vorbei. Und ich würde mich wie immer sehr über einen Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.